Danke noch einmal, wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und man wird sich irgendwo privat vielleicht wiedersehen. Zwei Tage nach der Wahl teile ich schweren Herzens mit, dass ich meine Mitgliedschaft in der Freiheitlichen Partei bis auf Weiteres und bis zur rechtlichen Klärung der Vorwürfe gegen meine Person Ruhe entstelle. Ich tue dies alles mit der großen Bitte weiterhin, den Zusammenhalt in der Freiheitlichen Familie hochzuhalten Ungerechtigkeiten, Verleumdungen auch gemeinsam abzuwehren und keine Spaltung zuzulassen. Ja, es gibt ein Wort, dass der Vermögende die Zahl zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Nein, ich wollte nur als Beispiel eine Worte, der in der Militärverträger, der hat die BVB und die Zahl, wenn sie wirklich die Zeit von vorher übernimmt, wenn es wirklich vorher in dieser Wahl wäre, und zwei, drei Wochen vorher.